ja ja okay es ist die nächste minze war geil keine ahnung könnte auch verdammt alt sein könnte sogar der erste älteste fund hier in diesem video sein aber vielleicht auch der älteste den ich jemals gemacht habe herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal heute gibt es mal wieder eine schatzsuche an land und zwar befinden wir uns vor einer sehr sehr alten kirche bzw vor den überresten dieser man kann eigentlich nur noch den grundriss erkennen aber es müsste eine kirche gewesen sein so meint es jedenfalls der eigentümer richtige aufzeichnungen findet man darüber tatsächlich gar nicht aber ja ich bin der meinung es müsste eine kirche gewesen sein vor allem wegen der größe und der lage es ist zwar nicht oben irgendwo auf einem hügel gebaut das eigentlich charakteristisch wäre für alte kirchen aber ja eigentlich kann es in der größe mit den decken mauern nur eine kirche gewesen sein deswegen sind wir heute hier auf schatzsuche und ich bin gespannt ob wir irgendwas finden können wir haben hier drumherum eine sehr sehr große fläche die wir absuchen dürfen und ja bevor es losgeht zeige ich euch noch mal kurz mein equipment und die mauer an sich denn die ist ganz ganz einfach gebaut also mit einfachsten mitteln die hier halt auch in der region vorkommen gut also so viel equipment brauchen wir gar nicht bis auf die rosa latschen habe ich natürlich eine kopfkamera damit ihr seht was ich sehe einen spaten einen metalldetektor und eine fundtasche mit grabungsmesser und pinpointer wo eigentlich auch das kommt drin sein müsste habe ich heute leider vergessen ärgert mich auch ein bisschen ja wir können nur hoffen dass wir keine schönen alten münzen finden sonst muss ich mir einfallen lassen wie ich die gut transportiere damit die auch nicht kaputt gehen aber das kriegen wir schon hin ansonsten seht ihr hier die mauerreste und was man natürlich sehen kann dass die einfach aus diesen dünnen steinen hier ein bisschen mörtel dazwischen gebaut wurde also einfachste bauweise und wie gesagt sehr sehr dick gebaut also ungefähr einen halben meter dürften die in der breite sein und ja man sieht hier ist das karree so hinten geht es noch ein bisschen breiter aber auch rechteckig und hier müsste dann quasi früher die kirche gestanden haben wir werden aber natürlich außenrum suchen und zwar auf dieser fläche hier zum beispiel erstmal auf der seite und dann können wir auch noch in diese richtung hier suchen und ich denke dass hier ein bisschen was liegen sollte wahrscheinlich auch ein bisschen was von den badegästen davon in der badestelle reingehen aber wir werden mal gucken ob wir hier auch ein paar alte sachen finden gut dann müssen wir uns im prinzip nur noch die fundtasche umschneiden den metalldetektor anschalten noch ein bisschen ausziehen so also die metalldetektor aussehen alles andere bleibt hier an und dann würde ich sagen kann es auch schon losgehen dann gucken wir doch mal was wir heute so finden hier also was schon mal gut ist und auffällt dass hier kaum signale kommen also keine kaum auch mühsignale das ist wahrscheinlich eher ein mühsignal das lassen wir erstmal liegen vielleicht graben wir das später noch aber ja das ist schon mal gut dann sparen wir uns eine menge arbeit denn 90 prozent der sachen die man findet sind halt immer müh auch mit einem so guten detektor der kann auch nicht hundertprozentig zwischen müll und guten sachen unterscheiden wobei das hier ja das ist auch mal okay erster fund heute ein kronkorken gut weg damit gut probieren wir das erste signal für heute mit einem 81er leitwert klingt mir ehrlich gesagt ein bisschen zu groß für meinen geschmack aber wir probieren es heißt ja auch nicht ganz das erste signal kronkorken gut der lag an der oberfläche szene einfach mal nicht hier guck mal eine patronen hülse ok eine patronen hülse ich zeige sie euch ganz kurz dicht der bodenstempel ist noch sehr gut zu erkennen ich glaube so gut habe ich noch nie eine patronen hülse gefunden in dem zustand aber wird auch dementsprechend jung sein denke ich mal also vom jäger nichts allzu besonderes aber der erste richtige fund würde ich mal behaupten 86er signal ebenfalls so flach wie die patronen hülse eben und siehe da es ist die nächste aber eine andere und ich zeige es euch tatsächlich noch mal aber keine angst falls jetzt noch mehr patronen hülsen kommen sollten die werde ich euch denn nicht mehr zeigen so rbs 243 win ok ein bisschen kürzer kleiner das kaliber gut aber auch modern 84er leitwert der klingt doch eigentlich gar nicht mal schlecht jetzt ist er weg interessant also entweder erkennt der detektor jetzt doch es ist eisen was ich vorher nicht ganz sicher weil es so tief lag oder es liegt jetzt einfach so viel tiefer dass er nicht mal rankommt das ist komisch scheine noch ein bisschen tiefer zu liegen ich habe vielleicht auch einfach an der falschen stelle gegraben da sieht so aus es ist die erste münze glaube ich oh 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 wenn das eine münze ist wovon ich irgendwie gerade stark ausgehe dann könnte die richtig richtig alt sein ich glaube ich gehe mal runter zum wasser und wasche die einmal ab ja ok kommt man mit und die badestelle hier sieht auch gar nicht mal schlecht aus ehrlich gesagt vielleicht suche ich hier dann auch noch mal so ok wir waschen ganz kurz mal ein bisschen die münze ab zumindest also ich hoffe dass es eine münze ist ehrlich gesagt aber es sieht tatsächlich so aus wie eine münze oder ja doch wahrscheinlich schon aber sehr angefressen also dieser zacken da vielleicht war es doch eher ein knopf oder eine niete oder sonst was aber es ist ja irgendwas drauf zu erkennen rv ja ungewöhnlich für eine münze ok aber so oder so ist das der erste gute fund für heute vielleicht war das hier sogar ein kopf ich weiß es nicht na gut ok gar nicht mal übel da liegt vielleicht auch noch mehr rum schön guter fund und ich hole meine tüte aus dem rucksack macht er die guten funde rein und ganz kleine fundtüte oder so schön sehr schön wenn mich nicht alles täuscht jawohl dann habe ich hier ein paar tütchen drin so jetzt kann der fund nicht beschädigt werden und dann packe ihn trotzdem zu den anderen guten funden in die tasche ist nicht ganz so schön wie ein coinpad aber in der not geht die münze in die tüte reint sich nicht egal ok da kommt der detektor gerade so ran der leitwert wird aber trotzdem angezeigt und zwar war es ein 59er wenn wir doch mal gucken was hier so tief unter der erde verborgen liegt jetzt vielleicht immer noch solides 59er na gut ja ok es ist rund aber es ist nur ein knopf und das ist gar nicht mal schlecht ich blende die da euch einfach nur ein ist jetzt nichts allzu spektakuläres aber ja doch da stand da irgendwas drauf oder da steht irgendwas drauf naja sehr schön ja knöpfe kommen meistens mit einem geringeren leitwert rein das ist normal deshalb habe ich mir auch angewöhnt die leitwerte zu graben zum glück sonst wäre mir der ein oder andere schöne knopf auch schon durch den lappen gegangen ok der detektor kommt gerade so ran mal wieder ja das muss aber dann wirklich heißen dass es sehr tief ist weil multi frequenz bei dem detektor geht deutlich tiefer als beim vorgängermodell zum beispiel das macht sich auf jeden fall bemerkbar das heißt dieses signal hätte ich mit dem anderen detektor auf gar keinen fall gefunden da kann sich ziemlich sicher sein guck mal kommt da sobald ich hier so den auszug drüber habe und die spule so rübergehe ist er natürlich noch ein paar zentimeter weiter höher dann kommt er auch nicht mehr ran deswegen muss man dann meistens mit dem pinpointer gucken wenn man immer noch nicht mit dem pinpointer ran gucken das signal weg ist muss man einfach noch ein bisschen tiefer graben und versuchen den aushub rauszuholen bis man wieder ein signal hat das ist dann manchmal ein bisschen tricky wenn man immer denkt das signal wäre weg ist es aber eigentlich gar nicht es könnte sein dass es hier so einer seite drin ist das war ganz schlecht max wobei jetzt haben wir endlich ein pinpointer signal also wissen wir schon mal die richtung hier ist so viel stein im boden das ist echt schwierig jetzt muss man vorsichtig sein so ich glaube das sollte reichen ja ja okay es ist die nächste minze war geil guckt euch das an so tief lag die das ist unfassbar wow was ist das ist das eine silbermünze ja das müsste eine silbermünze sein guck ich die farbe an im ersten moment habe ich gesehen naja das logo hier ist immer auf den una peseta münzen und es ist auch una peseta aber die muss ja dann deutlich älter sein wenn sie aus silber ist ja 1885 wahnsinn und die ist so glatt die münze das ist echt wow das ist ein richtig cooler fund endlich mal wieder eine silbermünze top zustand wahnsinn läuft ein bisschen schwarz an immer silber aber im allgemeinen kommen die mal perfekt aus der erde so wie diese hier richtig gut yes da hat sich das tiefe graben und das ganz schwache 91er signal war es glaube ich doch gelohnt so ich glaube die mache ich tatsächlich auch zu der anderen münze hier in den fundbeutel rein man an so Tagen hat man natürlich sein coinpad nicht bei das ist immer schade aber egal kann man nicht ändern naja etwas weiter weg von der kirche ein schönes 89er signal vielleicht war hier der weg runter zum fluss oder so aber das signal ist doch ganz schön doller ehrlich gesagt jetzt so das sieht schön aus dass sie ein kleiner knauf ja wow da ist das gute teil es könnte ein knauf gewesen sein hier hinten wahrscheinlich angebracht mit zwei schrauben oder besser gesagt nägeln hier vorne eine wunderschöne verzerung aber das sollte schon ja ziemlich alt sein ist auf jeden fall gegossen würde ich sagen cool ich mag so kleine verzierte sachen ehrlich gesagt wenn man nicht genau weiß immer was es ist 78er aber ein bisschen zu dolle und bis zu unsauber auch also keine gerade linie auf dem display ich weiß nicht ich bin da jetzt nicht so optimistisch mal gucken das ist schon mal ein nagel das war es aber nicht ich glaube die haben wir sogar schon mal gefunden jetzt muss ich mich nur noch daran erinnern was das war aber es war so ein Löwe mit einem Schild drauf ich glaube das ist auf dieser seite hier Löwe mit einem Schild 10 cm oder was das war ich weiß es nicht mehr aber eine schöne münze leider sehr sehr blank wie man sehen kann da kann man dann auch nichts mehr dran reinigen nicht so wirklich weil sauber ist sie ja bis auf diesem dreck hier an der seite aber trotzdem schöner Fund auch schön patiniert schön dunkel so muss das auf jeden fall bleiben am besten sieht man doch noch die rückseite hier cool ja das läuft gar nicht schlecht heute kommt natürlich normalerweise ins coinpad ihr wisst bescheid so und weiter geht's loch zu und dann gucken wir weiter sehr oberflächliches 92er signal ziemlich hoch aber es ist auch nur Nalu Knopf na gut der ist nicht so alt vielleicht vom Schäfer oder so kann ich ja fragen nachher witzig so das hier war offensichtlich mal ein Weg wahrscheinlich runter zum Fluss und hier im Weg wahrscheinlich zwischen den Steinen haben wir ein Signal ob das jetzt was Altes ist oder nicht werden wir gleich herausfinden aber könnte natürlich durchaus sein dass hier zwischen den Steinen sich was verkantet hat auch schon vor 100 Jahren vor 200 Jahren vor 300 Jahren und versuche ich mal ohne den Weg hier komplett kaputt zu machen einen Stein rauszuhebeln ne ich sehe schon es ist nur das Rädchen eines Feuerzeugs denke ich mal vielleicht aber auch ein älteres na gut und Verlängerung des Weges gleich das nächste Signal und wir wollen mal sehen oh Münze die ist nicht allzu alt glaube ich sehe ich gleich ok aber trotzdem zeige ich sie euch das ist nämlich eine etwas jüngere Pesita Münze hat dasselbe Zeichen da drauf wie die Silbermünze vorhin auch Una Pesita aber von 1900x vielleicht 50 weiß ich nicht aber Münze ist Münze ja wisst Bescheid die kommt aber nicht in mein provisorisches Coinpad sondern einfach so in die Tasche weil davon habe ich jetzt echt schon bestimmt 50 Stück gefunden insgesamt ok aber heißt doch dass hier auf dem Weg nach unten noch ein bisschen was liegt wahrscheinlich eher ein Kronkorken jetzt kommen wir Richtung Badestelle ne eine Abziehlösche ok ganz kurz hier einmal die Badestelle absuchen das interessiert mich auch was hier liegt und dann gehen wir wieder Richtung Kirche und suchen noch den einen oder anderen Alpenfund 87er das sieht aus wie eine Spitze eine Fallspitze ist es nicht hm ich weiß nicht ich zeige es euch kurz hier dürfte trotzdem Blei sein ungewöhnlich Spitzen aus Blei zu machen vielleicht war es von einer Figur oder so ok weiter gehts ok letztes Signal für heute Spaß letztes Signal für die Badestelle meine ich natürlich 76er Signal hier kam bisher eigentlich nur Müll und auch dieses Signal hört sich nicht gerade besser an wartet ne ganz viele Abziehlaschen ok die nehmen wir nicht mit übrigens falls ihr euch wundert warum heute keine Counter da sind die mache ich normalerweise nur wenn ich ausschließlich nach modernen Dingen suche das ist irgendwie cooler also wenn ich nach alten Dingen suche einen Counter zu machen nö es geht ja nicht auf Masse da deswegen oh lecker eine Unterhose ne sorry ich nehme zwar echt jeden Müll mit aber Unterhosen da hört auch nicht Spaß auf hier hat das bisschen Plastik kann man mitnehmen was auch mal das war ok zurück zur alten Kirche 87er direkt an der Mauer ich rechne nicht damit dass hier was liegt was Gutes also was liegen tut ihr schon aber mal sehen vielleicht werde ich auch überrascht doch ist das eine Bleiplombe ja sieht so aus ja ist da was drauf zu erkennen ich glaube fast nicht vielleicht ist auch einfach nur ein rundes Blei mir fallen die vorhin echt oft runter in der Zerteil meine Güte ok hm ich weiß nicht so direkt an der Mauer egal wir probieren es weiter aber ich glaube nicht dass da was kommt ehrlich gesagt ich glaube man muss schon ein bisschen Abstand zu den Mauern hier haben wobei das ja schon so ein altes Gebäude ist da ist ja kein Baumüll oder irgendwas das ist natürlich auch eigentlich ein Vorteil das ist ja interessant hier genau in der Ecke ein Signal also ich denke da hat einfach leider nur jemand eine Dose hingeworfen aber das ja doch ich sehe es schon ach man das wäre doch ein gutes Versteck für irgendwas gewesen hier genau die Ecke Schweinerei so eine Schweinerei also passt ja auch nicht mehr in die Tasche rein hm was ist das hier ich glaube 70er 77er irgendwie sowas ach Gott ja schöner Knopf boah das hat gedauert sag ich euch puh ok aber schön ein schöner floraler Knopf und zwar vor allem sehr groß mit Oete und noch ein bisschen anderem Zeug daran zur Befestigung könnte sehr sehr alt sein und auf jeden Fall ja aus der Zeit der Kirche damals sehr schön naja es sich doch gelohnt so lange zu graben manchmal dauert es halt ein bisschen länger 90er Signal sehr sehr schwach der Detektor kommt mal wieder ganz knapp nur ran und das will wie gesagt weiß heißen bei dem Gerät so zack zack das für eine fette Platte hier da wird es sein einmal nochmal im gewissen Sicherheitsabstand ansetzen dass man den Pfund nicht kaputt macht raushebeln und sich angucken was es letztendlich ist ah geil noch eine Münze ui was ist das oh die könnte echt alt sein krass ok wow guckt euch die mal an ich erkenne sie natürlich nicht auf Anhieb wie so oft aber es dürfte sich um eine Münze handeln sehr interessant was da drauf ist wow nicht schlecht aber es ist eine Kupfermünze höchstwahrscheinlich ja es gibt einen Grünspan dran sehr schön cool ist das schön wenn es gut läuft oh da könnte ich mich ja den ganzen Tag drüber freuen aber genau an so Tagen wie gesagt ich hatte sie den Kupfer nicht bei naja sehr schön sehr schön 78er Leitwert fast 77 also fast der Glücksleitwert ich glaube wenn man noch ein paar mal mehr öfter drüber gegangen wäre wird da irgendwann auch eine 77 angezeigt so jetzt muss man was rauskriegen irgendwie das sollte eigentlich reichen oder ne offensichtlich nicht diese Steine hier noch raus dann sind wir fast dran am Fund ich mach dir doch noch ein bisschen weiträumiger hier das Loch und so jetzt aber ja das sieht gut aus eine Münze eine schöne Münze ja ja ok sehr schön und es sind wieder oder ja 10 cm so wie die eine Münze die vorhin so blank war sehr schön das ist doch fast ein guter Abschluss aber ein Signal machen wir noch ein letztes Signal geht noch cool freue mich ich glaube die vierte Münze heute ok man hört fast gar nichts von dem Signal das heißt dieses Signal wird wieder sehr sehr tief sein und es ist das letzte für heute ehrlich gesagt wenn es was Gutes ist zumindest ach man diese Dose ich leg die gleich jetzt mal in den Rucksack wenn es nicht das letzte Signal hier sein sollte hier fällt nämlich alles raus gerade so ich bin gespannt sehr sehr tief wie gesagt ich glaube das wird auch noch nicht reichen nein hätte ich mir auch denken können so jetzt vielleicht tja das ist natürlich schwierig Mensch das gibt es doch nicht das ist tatsächlich ein Signal ganz unten im Loch boah wenn das was Gutes ist das liegt ja schon richtig lange das sag ich euch richtig lehmiger Boden auch richtig lehmiger Boden auch ok ich mach den großen diesen Stein hier noch raushebeln dann sollten wir rankommen ja was ist das ja oha ist das ein Ring es könnte verdammt alt sein es gibt ja so die Mythen zum Beispiel vom keltischen Ringgeld und sowas das würde ich jetzt einfach mal ein bisschen bezweifeln an der Stelle aber es ist auf jeden Fall ringförmig und sehr sehr alt weil die Form ist handgemacht auf jeden Fall das sieht man also ich würde es sehr alt schätzen das ist auf jeden Fall auch ein Fachmann drauf gucken wie bei den anderen Pfunden teilweise auch aber ja es ist auch schwer sowas zu datieren ehrlich gesagt aber es ist ein würdiger letzter Pfund auf jeden Fall auch wenn es vielleicht nicht so aussieht für den einen oder anderen ich zeige ihnen natürlich auch nochmal kurz es könnte schon als Fingerring getragen worden sein von der Größe her würde es auf jeden Fall auch passen und das sollte naja eigentlich müsste das Bronze sein dann oder hmm egal cooler letzter Pfund ich freue mich so oder so so das ist die Ausbeute von heute wir fangen wie üblich mit dem Müll an wir haben eine Menge Müll gefunden kleinen Müll Metallmüll aber auch Plastikmüll habe ich mit eingesammelt und eine Aludose da habe ich wirklich gehofft in der Ecke ist was versteckt egal kann nicht immer so sein dafür haben wir sehr sehr viele andere gute Pfunde gemacht und zwar seht ihr die hier alle es fing an mit Patronenhülsen ging dann irgendwann langsam weiter mit der ersten Münze dann haben wir auch eine Silbermünze gefunden hier die kann ich euch nochmal dicht zeigen die gefällt mir auch besonders gut weil die einfach im perfekten Zustand aus dem Boden gekommen ist die muss ich ja nur noch ein bisschen sauber machen dann Peseta Münzen ganz normal aber auch hier diese 10 cm Münzen finde ich sehr schön die sind auch von 1800 weiß ich nicht habt ihr gesehen aber 19. Jahrhundert auf jeden Fall und dann hier am ja ganz am Anfang eigentlich kam ja erstmal die hier die könnte auch verdammt alt sein wie gesagt da muss ich nochmal ein Fachmann drüber gucken lassen da kann ich euch dann später auf Instagram ein Update zu geben und diese hier ja die ebenfalls könnte genauso alt sein vielleicht nicht ganz so alt aber ja auf jeden Fall älter als die Münzen hier da haben wir natürlich noch ein bisschen anderen Kram gefunden hier ein paar Knöpfe und sowas wobei der Knopf hier besonders schön ist ehrlich gesagt aber auch ein bisschen Blei Blei Musketenkugeln Blei Plomben und dieses Teil hier was auch immer das ist wie gesagt gerne in die Kommentare damit dann ja dieses verzierte Teil hier und jetzt zum Schluss diesen ja Ring keine Ahnung könnte auch verdammt alt sein könnte sogar der älteste Fund hier in diesem Video sein aber vielleicht auch der älteste Fund den ich jemals gemacht habe kann aber auch sein dass es einfach ein handgeschmiedeter normaler Fingerring ist ok Freunde das war es mit dem Video ich hoffe wirklich sehr das Video hat euch gefallen mir hat es richtig Spaß gemacht ich fand den Tag wunderschön Sonne hat gepasst auch wenn es jetzt ein bisschen sehr warm wurde am Ende beschwerend kann ich mich aber auf gar keinen Fall und die Funde die haben für sich gesprochen da brauche ich glaube ich nicht mehr zu sagen und ja wenn euch das Video gefallen hat gerne meinen Daumen nach oben da lassen würde mich natürlich wie immer sehr sehr unterstützen und ein Abo für diesen Kanal falls ich es noch nicht gemacht habe ist natürlich kostenlos wie immer dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Video am nächsten Freitag wieder ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende wir sehen uns dann vielleicht am Sonntag auf lange Reisen wenn ihr Lust auf Vanlife Content im Bus habt wir sind natürlich immer noch unterwegs und dann würde ich sagen sehen wir uns entweder Sonntag oder Freitag und dann wünsche ich euch so oder so ein schönes Wochenende haut rein bis zum nächsten Video Tschüss